So, wo hast du jetzt einen Platz gefunden? Zeig einmal. Da, zuerst machst du das. Ja, da muss ich auswerfen, damit wir das beheben. Aber das hast du gut gesehen, Florian. Super. Super. Ich glaube, das ist ein Platz. Du hast kurbeln. Super, Florian. Super, Florian. Du hast festkurbeln. Und gut halten die Rute. Gleich sehen wir einen Florian. Oh, das ist eine Riesenforelle. Das ist eine Riesenforelle. Na. 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 Oh, je.